Die Monate Mai, Juni und Juli des vergangenen Jahres habe ich als Reporter in einer Kleinstadt in Brandenburg verbracht. Es war nicht alles einfach, aber es sollte ja auch nicht alles einfach sein. Die Menschen, die mir bei meinen Recherchen begegnet sind, habe ich als gute Menschen kennengelernt. So merkwürdig das klingen mag, ich bin als Fremder gekommen und als Einheimischer gegangen. Die Zeit in der Kleinstadt war eine der besten meines Lebens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine sehr schöne Größe, sage ich dir. Diese 0.3 ist eine ganz herrliche Größe. Erzählung des ZDF für BIG Untertitelung des ZDF, 2020